Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cyberpunk 2077, wo wir, äh, ja, hier aufgehört haben und ich immer noch nicht weiß, wie ich an die rand komme. Also wenn ihr das wisst, gerne ab damit in die Kommentare. Vielleicht hat es ja auch jemand schon im letzten Part geschrieben, aber, ne? Ich meine, während das hier rauskommt, die machen hier ja sowieso weiter Party und wir können erstmal weiter, würde ich jetzt mal so sagen, ne? Wenn ich's eh nicht weiß, wieso soll ich dann, äh, hier die ganze Zeit rumstehen. Wir haben hier aber noch was in der Nähe. Machen wir doch das zuerst. Ja. Na dann. Gut. Und solange die uns nicht angreifen, schieße ich nicht, ne? Das mach ich ja erst die da drüben, wo die dann auf einmal angefangen haben. Naja. Warum wollt ihr mich jetzt hier ganz außenrum führen? Keine Ahnung. Ja. Weißt du auch nicht, ne? Ja. 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 Okay. Garage. Willst du mich nicht anrufen oder hast du mich schon angerufen? Ah, Verbrechensmeldung. Ja, gut. Das erklärt dann einiges. Hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Komm. Leg dich hin. Ja. Ah, hier ist noch einer. Na komm. Ja. Ach, das ist auf der anderen Seite. Okay. Ah, die nehmen wir auch noch mit, ne? Ach, ich kann nicht mehr sprechen. Leute, Leute. Hm. Ach, hier ist ja auch noch was drin. Überall diese... Max-Dog, also die Heilungs-Items. Okay. 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 Ey, ey, ey. Irgendwann wird's bei uns auch so teuer. Also die Hundesteuer, ne? Ähm, okay. Ich glaub, das war's. Ach. Ja, wieder was zum Aufleveln. Sehr schön. Ähm. Dö, 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 dö. War nicht hier was? Äh. Äh. Ja, das machen wir ja noch nicht so, ne? Mhm. Das könnte tatsächlich, äh... Gut sein. Ich glaube, das ist besser. Also für's Erste. Nö. Gut. Ach, wieso geh ich raus? Ich brauch ja die Karte. Okay. Dann wollen wir mal zum Nächsten. Wie gesagt, also, wenn ihr wisst, wie ich an die Waffe rankomme, ähm... Ja, vielleicht muss ich alle abknallen, ne? Das kann gut möglich sein. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sie bekommen hätte, wenn ich, ähm... Dieses Duell da gewonnen hätte, aber... Ganz im Ernst mit einem Revolver. Mit einem Revolver. Der hat doch bestimmt geschummelt. Kann man mir doch nicht sagen. Der hat doch garantiert geschummelt. So. Dann wollen wir mal. Wir haben hier auch irgendwo gepackt. Ich sehe unser Fahrzeug schon. Zumindest auf der Map. So. Jaja. Ich meine, normalerweise hätte ich ja auch kein Problem damit. Ähm... Sixth Street ist jetzt nicht gerade, ne? Aber es sind halt nun mal alte Leute. Es sind alte Leute. Leute. Kann man doch nicht einfach. Ne? Ihr versteht? Okay. Dann wollen wir erstmal zur nächsten, ne? Also. Ich dachte, der will mir anscheinend, dass wir abbiegen, aber... Nope. Aber hier. Okay. Vorne auch nochmal. Ach. Okay. Ja, ja. Komm. Das kriegen wir hin. Hier ist sogar schon Parkplatz für uns. Ah, ja. Kommt jemand, der mir gar nicht blendt? Halt's Maul! Ja. Hast du dich verlaufen? Sorry, ich hab keine Karte. Hey, Rick. Hast du ne Karte? Nö. Hab mir Kippen draus gedreht. Und du? Wo immer du hin willst, hier bist du falsch. Hast du gehört? Gibt nix zu sehen. Also schönen Tag noch. Was ist in dem Aktenkoffer? Was? In dem Scheißteil hier? Wahrscheinlich nichts. Ah, ja. Dosen? Oder Flaschen? Wer weiß? Okay. Wie viel wollt ihr denn dafür haben? Lass mich nachdenken. Ja. Na gut. Hier, bitte. Sag mir, du wirst das Teil eh nicht aufkriegen. Das werden wir ja sehen. Wo habt ihr ihn gefunden? Ich fragte, wo? In den Müllcontainern. Da drüben. Okay. Scheiße, Josh. Hör zu, wir waren das nicht, okay? Der Penner war schon tot. Ehrlich. Was? Im Ernst? Und ich dachte, ihr werdet voll die erstklassigen Söldner. Komm. Verzieht euch. Okay. Nehm ihn ruhig. Bleib einfach mal locker, ja? Ich bin locker. Ich bin vollkommen locker. Äh, E9, 55, E9, E9. Okay. Ähm, hier haben wir schon mal die 55. Dann haben wir da wieder die E9. Okay. Ach, Präge. Ah, ist ja gar kein Aktenkoffer, äh, Aktenkoffer ist ja ein, ist ja ein Laptop. Ähm, können die, könnt ihr die mal ruhig sein? Ich will versuchen, hier was zu lesen. Dringend Vorlautung zum Auswertungsverfahren. Ähm, Mitarbeiter in 4532455. Bei einer Routineuntersuchung ihrer Daten wurde besorgniserregende Unregelmäßigkeit festgestellt. Sie haben eine Stunde, um im Hauptquartier vorstellig zu werden und sich einem Auswertungsverfahren zu unterziehen. Falls sie dies nicht tun, werden sie sofort, ähm, aus unserer Partnerpolice entfernt und daraufhin unverzüglich, äh, gekündigt werden. Militech Personalabteilung. Waren Tankstelle 2045, sehr pünktlich. Scheiße, James, das war, äh, das letzte Mal. Hier ist die Kacke langsam am Dampfen. Die Verdächtigen mich? Deinen Namen kennen sie wahrscheinlich auch schon. Vor allem reden sie mit Militech und das kann nichts Gutes heißen. Du kannst die Eddies, äh, erstmal behalten. Ich will nicht, dass das Ding im Moment in die Unlaufbahn kommt. Zu viel Aufmerksamkeit bei angehenden Transaktionen. Antworte nicht auf diese Nachricht. Pass auf dich auf. Errrr. Von gelöscht an gelöscht. Sehr schön. Golden God 215, Benachrichtigungen über Kontakt, Kontolöschung. Äh, lieber User, Sie haben gegen folgende Nutzungsbedingungen unserer digitalen Plattform verstoßen. Versendung von fotografischen Aufnahmen von Genitalien ohne vorherige Einwilligung des Empfängers, der Empfängerin. Aufentlegung von privater Informationen anderer Userinnen, Doxing. Infolgedessen wird Ihr Konto, äh, Golden God 215 permanent gesperrt. Andere Konten, die mit dieser Adresse verbunden sind, wurden ebenfalls gesperrt. Äh, Antitatong, Six Stars, Starman, Hugh Money. Ah, ja. Interessant. Sieh an, was haben wir denn hier? Ja, was haben wir denn hier? Trianguliere die manuelle Land, äh, Landevektor-Koordinate und führe die Startsequenz für Gegenstand 64, äh, F5B aus. Okay, kann ich hier noch was machen, oder ist das alles? Achso, ja. Jetzt können wir zum Absturzort. Gut. Ich nehme mal mein Motorrad, ne? Ja, es juckt. Dann wollen wir doch mal gucken, was da gelandet ist und wo. Ach, ein Koffer. Muss ich immer noch drüber schmunzeln. Aber ich hätte ja auch rüberfahren können. Egal. Ja, das ist, wenn man, äh, auch hier aufs GPS vertraut, ne? Like Google Maps. So. Ja, mal gut, dass ich das Motorrad genommen habe. Ist ja ein bisschen weiter entfernt, ne? Dann gucken wir mal. Na gut, dass wir immer schöne Musik einhaben. Nö. Okay. Soweit ist es nicht mehr. Okay. Machen wir mal so, ne? Ich fahr mal Land ein. Ja, ja, komm. Feuer, feuer, fein! Was hat mir Gesellschaft? Er. Wir haben Gesellschaft. Oh. Oh, los, los, los! Oh. Oh. Komm. Dauert zwar ein bisschen länger, aber die ich erst mal gefunden habe, dann... Ja, du auch. Ist hier noch einer, oder? Okay. Ach, da! Zeig mir doch. Ein bisschen näher kommen wir ja ran. Ähm, ist jetzt doch da? Ah, ne, geil. Ja, das bist du wohl. Okay. Na, war klar, dass sie hier schon, äh, sein würden. Der Moment der Wahrheit. Mal sehen. Ohne Titel Nummer 18. Okay. Was zum Teufel ist das? Das, wonach es aussieht. Branchezi 2021. Ohne Titel Nummer 18. Ah, ja. Auf Leinwand. Perlen vor die Säue. Echt, ey. Was? Sieh an, Johnny Silverhand, der Kunstkenner. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Eine Ex von mir hat gemalt. Ah, ja. Ich habe Psycho, wie alle von denen. Aber was die mit meinem Pinsel gemacht hat, auch nicht in Worte zu fassen. Ähm, ja. Versuch's erst gar nicht. Mhm. Okay. Was hat er das auf dem Mond zu suchen? Was wohl? Irgendeine Bonze hat ihn sich an die Wand gehängt. Der halbe Louvre schwebt irgendwo im All. Oh, ja. Was hast du jemals da? Pha, mit dem Kleingeld, das ich mit meinem Rumgejaule verdient habe? Träum weiter. Okay. Egal, lass uns abhauen, bevor Köpfe rollen. Was das Gemälde angeht, die Käufer werden in Nullkommanichts Schlange stehen. Oh, ja. Ich nehme aber noch den ganzen Blut mit. Johnny. Hier liegt auch noch jemand. Na komm. Nimm mit. Ähm, ja. Ja. Okay. Die will sie dann wohl nicht mitnehmen. Mal wieder. Geht doch. Ja, ja, komm. Wir haben hier in der Nähe geparkt. Schon wieder? Ernsthaft? Ja, schon wieder. Haben wir hier noch jemanden liegen? Da. Na, wen ist es die? Nimmst du mit. So, da vorne haben wir geparkt. Können wir auch da hin, ne? So. Ein sehr schön animierter Schatten. Okay. Gucken wir mal, ne? Ja, komm. Kann alles rein. Ich hab grad erst aussortiert gehabt. Naja, egal. Schmeiß mal alles rein. Das wird mal wieder lustig. Irgendwann wird das wieder eine Arbeit von mehreren Stunden. Da irgendwie wieder was, äh, ne? Ja. So, die kommt auch rein. Und die auch. So, was haben wir hier noch? Ah ja, okay. Komm, schmeiß rein. Hier haben wir doch bestimmt auch noch was. Dass das immer so lange, lange dauert, bis ich da irgendwie, äh, bis ja irgendwas reagiert, ne? Na komm. Geht doch. Das kann auch noch rein. Und die hier auch. Okay. Gucken wir mal. Ach ja. Okay. Ähm. Ja, komm, machen wir beide, ne? Liegt der so nah beieinander. Vorher würde ich gerne noch mal speichern. Nö. Tja, kann ich auch mal wieder loswerden. Aber nicht jetzt. Ähm. Also ich spreche ich jetzt, ne? Dann wollen wir mal. Ah ja, hier ist ja schon die Straße. Wie convenient. Ich glaub, vorhin sind wir weitergefahren, ne? Naja. Egal, Rolf. Ich weiß nicht, wo er will. Ja, okay. Jetzt hat er wieder aktualisiert. Wo wollte er gerade, dass ich hinfahre? Naja. Ich sag doch, das System hat keine Orientierung. Hier können wir dann aber abfahren. Äh, oder auch nicht. Oder, ja. Ja, wie Google. Zu 100% wie Google. Ja. Definitiv. Wo der uns überall hinführt. Ah, okay. Der immer nicht da so, ja. Egal. Ach. Kennen wir das schon. Entschuldigung. Trauen wir wieder hier, ne? So. Und zurück sind wir. Ja. Dann wollen wir mal zum Club, ne? Gucken wir mal. Ach, sind doch 100 Meter. Hätten wir auch vom Club packen können. Egal. Egal. Ah, schon wieder Feinde, ne? Das heißt, wir sollten eigentlich nicht hier sein. Noch scheint er wohl, äh... Ja. Nicht anzuschlagen. Oh. Äh, hier. Ja, klar. Hier. Ach so. Hi. Ich hab bezahlt. Bin zum Kämpfen hier. Du? Interessant. Wieso interessant? Frag mich, ob ich dich danach wiederkomme. Mhm. Und? Wer ist der Nächste? Na los! Ich bin für einen Kampf hier. Ich hab... Ah, ich hab weggespeichert. Könnte man sagen. Dann sei vorsichtig. Fremde sieht man hier nicht gern. Ein falscher Blick und du kriegst mit gebrochenen Beinen durch die Kosse. Ah, ja. Aber, wenn du mich besiegst, lege ich ein gutes Wort für dich ein. Dann kannst du die Ausrüstung benutzen, den Trainer treffen und so weiter. Ah, ja. Oh, danke. Das ist nett. Wird ja gern geschehen, Sam. Aber du musst mich erst besiegen. Und ich hab noch nie einen Kampf verloren. Das klingt natürlich, ähm... Sag mal, wem gehört der Club? Logan Garcia. Mhm. Vielleicht sogar in den ganzen Städten. Ah, ja. Übertreibst du nicht ein bisschen? Dann schau dir mal einen seiner Kämpfe an. Ah, ja. Okay. Du hast noch nie verloren? Ich sag, es gibt immer ein erstes Mal. Ich enttäusche dich ja nur ungern. Komm schon! Ich nehm mal deine Treppe, ne? Deine Leiter. Sorry. Hast du gute Tech verbaut? Sensorenfilter? Rotoren? Power-Kern? Das findest du gleich raus. Ha! Hast recht! Also dann... Wollen wir? Ja. Packen wir es an. Viel Glück! Wirst du brauchen! Das glaub ich auch. Pfff. Okay. 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 Ich hab gewonnen! 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 Verdammt! Das hast du. Wo wir schon warm sind. Wie wär's mit ner Revanche? Ah ja. Okay. Jetzt weiß ich ja, worum es hier geht. Ich bin gleich wieder zurück. Ich komm mal wieder, ne? Ich komm wieder. Ach so, das ist das also. Okay. Ach so, okay. Ne, dann machen wir das später. Was haben wir hier noch? Ja, gut, dann machen wir erstmal die Sabotage. Ich bin eh eher für sowas. Stimmt, da war ja, was wir sollen ja in jedem Gebiet auch noch einen Kampf gewinnen. Müssen wir noch ein bisschen trainieren. Ne? Ein bisschen. Okay. Da vorne soll das irgendwo sein. Ich krieg' ich keinen Anruf. Ah, doch. Ja, weh, wie steht's noch? Alles gut. Ja. Okay. Du musst in ein Konzerngebiet einbrechen und ne Wanze platzieren. Ja. Ja, wir müssen die Konzernausrüstung einfach aus. Trinkt gut? Entspann dich mal. Ja, doch. Genau. Hier war schon immer ein Weichwein. Das wird das immer sein. Ähm. Okay. Okay. Ah, ja. Ja. Die einzig Ware. Wirst du Ted? Held mich, Teddy. Komm rein. Ich erklär alles. Na gut, Teddy. Wie ist die Lage? Siehst du die Garage da links? Ja. Gehört Kendashi. Mhm. Hab nen Tipp, dass da ganz spezielle Ware drin ist. Okay. Speziell? Für die Sixth Street Gang. Ah. Und was willst du von mir? Du gehst rein und befestigst diesen Peilsender unterm Laster. Vorsicht vor Überwachungskameras. Okay. Kinderspiele. Dank dir werde ich berühmt werden wie Ted, der Krieger der Wahrheit. Ah, ja. Weißt du, wie die Security da aussieht? Ah, du gefällst mir. Du willst Details? Ja. Teddy HC. Also, zwei Kameras, fünf Wachen und nochmal drei hinten drin. Okay. Du siehst ein bisschen blass um die Nase aus. Aber hey, ich verstehe das. Wird nicht einfach. Halt dich bloß von den Kameras fern. Okay? Oh, die stelle ich mal aus. Ich kümmere mich drum. Na gut, Teddy. Dann mal an die Arbeit. Gut. Zieh einfach deine Ninja Nummer ab und lass dich nicht filmen. Ja. Kamera liebt mich, nicht dich. Du hörst von mir. Ihr. Okay. Hier könnten wir hoch. Das ist eine von zweien. Und speichern können wir ja auch noch. Nö. Ach, warte mal, da war ja was. Da war ja was. Ja. Machen wir mal kurz. Nö. Können wir eben schmurch holen. Hier. Komm. Die andere Kamera ist direkt unter uns. Okay. Komm. Wir verlinken uns mal. Äh, sieben a, eins c, eins c. Okay. Kriegen wir hin. Äh, ja. Okay, jetzt haben wir zumindest schon mal die, äh, Kameras. Die haben wir schon mal ausgescholdet. So. Er hat gesagt, dass hier draußen Leute sind und drinnen auch noch mal. Äh, runter will ich definitiv nicht. Da stand einer. Es wäre besser, wenn ich hier über das Dach käme, ne? Ich meine, wir haben ja die Kameras jetzt ausgestellt. So können wir hier wieder runter. Und die KI ist ja auch nicht besonders intelligent. Gucken wir mal, dass wir hier hoch können. Ich hoffe doch, der gehört nicht zu denen. Ne, gehört er nicht. Okay. Oh. Oh. Ei. Ihr. Ihr. Ich glaube nicht. Panikmache. Kennt man irgendwo her, ne? Ähm. E9, 55, 1 c, E9. Äh, cool. E9, 55, 1 c, E9. Okay. 50, 1 c, und dann nochmal E9. Mhm. Da ist auch nochmal E9. Da ist auch nochmal E9. Okay. Da sind Rollläden, durch die wir hätten reingekonnt. Ah. Speicher nummer, falls sich die Nummer daneben geht, äh, will ich wenigstens, ne? Ein save point haben. Komm. 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 Ja, jetzt können wir den. Das wird ein guter Tag. Ja. Ich guck mich nur noch ein bisschen um, ne? Wo war das? Ach, da. Ich klau mal Aschenbecher, ne? Ah, okay. Uns hat niemand bemerkt. So. Ja. Prima Arbeit. Den wird diesen Kendashi-Mixern so richtig das Leben zuscheißen. Ja. Jedenfalls Respekt für einen perfekt durchgeführten Aufbau. Naja. Wer macht? Er ist unterwegs. Dankeschön. Dass die immer so verwirrt sind und so, so. So. Hey, du hast das tatsächlich unbemerkt gemacht. Ich meine, man kann es wahrscheinlich auch anders machen, ne? Haben wir auch schon mitbekommen, dass es auch anders geht, aber... Ich will ja die extra... Belohnung. Bonus. Okay. Sehr schön. Was haben wir denn hier noch? Äh, das hier, ne? Okay. Gehen wir mal hier rüber, ne? Sind ja nur ein paar Meter. Die können wir auch mal zu Fuß laufen. Und die Apollo können wir ja dann immer noch als, äh, mobiles Lager rufen. Ich hab auch gar nicht wieder drauf geachtet, wie viel jetzt, ähm, von unserem Inventarplatz wieder voll ist. Ja, ja, ist ja klar. Ist ja gut. So, wir waren wahrscheinlich hier hoch. Achso. Gut. Also hätten wir doch dran vorbeilaufen können. Ich dachte nur, das wäre irgendwie ein anderer Weg, aber gut. Äh, hat dritte vorbeigelaufen. Ganz toll. Hier. Mein Kunde braucht Hilfe bei irgendeiner internen Konzernstreitigkeit. Er will belastende Infos über seinen Erzrivalen. Einen Typen als Matthias Dope. Was meinst du? Infos im Anhang. Joa, Kriechen. So, da ist auch noch ne Kamera. Die machen wir schon zuerst. Was ist das du? Also, ne. Nicht. Wahrscheinlich soll man hier irgendwie hoch bei dem Gerüsttier das ausnutzen? Oder kann es ausnutzen? Man jetzt, wo es schon mal dasteht, ne? Ja. Oh, da ist noch ne Kamera. Ich bin noch nicht auf dem Dings. Also bitte nicht filmen. Ich bin außerhalb des Geländes. Wie man sieht. Wieso steht da nichts vom Auftrag? Und wie wir ihn durchführen sollen. Komm. Weil der nicht markiert ist. Ah, okay. Sollte wohl hier außen lang schleichen. Und trotzdem sind dann da noch ein paar Leute. Der geht grad weg. Kannst du dich auch woanders hingesellen? Böde? Wäre mir irgendwie angenehmer. Na komm, geh. Nicht in meine Richtung. Ist das überhaupt einer? Ja, doch. Wollte grad sagen, oder ist das einer von diesen Tech-Wachen? Oder? Ich hab jetzt kein Fernglas dabei. Obwohl doch. Ach, das sind diese Dings-Roboter, ne? Da sind richtige Menschen. Aber das sind Roboter. Falls es zum Gefecht kommt, ne? Zumindest schon mal, äh, ausgerüstet sein. Okay. Speichere ich doch nochmal lieber. Nö. Ach. Zeit ist auch schon um. Na mal gut, dass ich noch nicht reingegangen bin. Haben wir einen kleinen Cliffhanger für die nächsten Part, ne? Wo wir uns dann auch schon wiedersehen. Bis dann. Bye. Bye. Bis zum nächsten Mal.